So, Servus, hier bei Sven der Weise. Ich spiele hier RMB1 auf, wie hieß diese verkackte Map? Ach, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe heute die Schnauze voll, ich habe jetzt, wie lange habe ich nicht gespielt? Ziemlich lang, eine Weile. Und es klappt halt echt nichts, gar nichts. Ich kack nur noch ab. Also noch mehr als ich davor abgekackt habe. Warum kam so lange kein Video mehr? Ganz einfach, ich war nicht da. Ja, also ich war schon da auf der Welt, aber eben nicht hier in Deutschland. Kein Internet, dreieinhalb Wochen lang. Und ich habe überlebt. Ja, stelle ich das mal vor. Ich habe überlebt. Aus so furchtbaren habe ich überlebt. Aber mache ich hier rein. Ja, du faszin. Okay. Ja, ich muss mal sagen, was ich spiele ist gerade ganz in Ordnung, aber gerade mache ich das Maul zu. Mann, Mann. Ja, aber es ist echt ganz okay, was ich gerade spiele im Vergleich zu dem, was davor war. Ja, und wenn ihr mal ein richtig geiles Lied hören wollt, dann zieht euch von Fahin Urlaub das Lieberstaat rein. Also es ist einfach ein Lobeslied auf den Staat, was nicht ganz ernst genommen werden darf, sollte. Ah, es ist echt geil. Die geile Stelle ist immer noch, ähm, wie genau, das muss ich gerade überlegen, es geht irgendwie gar nicht. Lieber Staat, du bist auch manchmal hart, auch nur wenn es was nützt, vor allem wenn du uns vor Ausländern beschützt. Ich finde den Spruch einfach nur geil. Ja, hau mal hier rein. Ehrlichens habe ich jetzt mal einen Munni. Sterb doch, du Drecksau. Warum stirbt er nicht? Okay, versagen von mir. Tut mir leid. Verpiss dich, du Fixer. Verpiss dich, du Fixer. Scheiße, die sind auf der Seite. So, jetzt verpissen wir es mal ganz schnell. Hau mal hier rein. Fuuuck. Seid schlecht. Oh Gott. Ja, kann nur ein Futter, sterbt doch alle. Ja, ihr werdet sehen, dass ich mich heute mal richtig krass im Rücken, also hinten halt, nicht so dumm reinrennen wie sonst. Ja, es liegt daran, dass ich eben sehr lang nicht mehr gezockt hab. Und jetzt gemerkt hab, dass ich da einfach nicht so hart verkack. Mann, 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 wie ich's mach, wenn ich reinrenne. Obwohl es natürlich geiler aussieht, wenn du... Mann, sowas pisst mich brutal an. Es kotzt mich an. Verpiss dich doch mal, dumme Huchel. Ja, das war schwach von mir, ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht. So, jetzt ziehen wir uns mal hier. Machen wir mal ein bisschen Waffentausch. Ich weiß nicht. Es gibt einen Erbapoff wir. Kanierst deviationen Sie Eintjarke und gerietanen. Ja, ich hab zu eins 2015 gekl kot aslında. Buh-Buh, Buh-Buh. also ist das reine gemetzel hier ist nichts mit taktik nichts gar nichts dann haben wir wieder zeit für einen luftschlag johol aber jetzt habe ich ihn auch mal heran